Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Roborock S5 Max Roboter Staubsauger. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieser Robo Staubsauger für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon Angebot zum Roboter Staubsauger werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, Roboter Staubsauger sind seit einigen Jahren ein bekanntes Thema für Freunde des sauberen Haushaltes. Warum ist das so? Nun ja, Staubsaugen macht wirklich nicht jedem Spaß. Es gibt Leute, denen das Spaß macht, ganz klar, aber viele Leute sagen sich auch, hey, warum soll ich da Zeit für investieren, wenn das auch ein Roboter für mich erledigen kann. Und im Zuge dieser Überlegung, auch im Zuge der Digitalisierung, sind diese Robo Staubsauger eben durchaus beliebte Zubehöre für den Haushalt geworden. Viele Leute finden sie auch niedlich, viele Leute geben ihnen auch einen spaßigen Spitznamen. Wenngleich der Effekt hier wirklich nicht zu verachten ist, die können wirklich einen sehr, sehr guten Beitrag dazu leisten, das Haus zu säubern. Preislich kostet so ein Robo Staubsauger meistens natürlich mehr als ein herkömmlicher, wobei das auch immer auf den Einzelfall ankommt, aber in der Regel sind die ein bisschen teurer als ein normaler Staubsauger. Da muss sich halt jeder selber die Frage stellen, hey, will ich das Geld investieren oder reicht mir nicht vielleicht ein günstiger Staubsauger, mit dem ich dann per Hand selbst sauge oder sagt man sich, ich habe das Geld und ich will mehr Freizeit. Für den könnte dann so ein Robo Sauger wie dieser Roborock S5 Max natürlich eine interessante Überlegung sein. Wir können uns ein paar Eigenschaften gerne auch genauer anschauen. S5 macht die tägliche Reinigung zu einem Kinderspiel. Erfreu dich jeden Tag an einem sauberen und glänzenden Boden. Automatisiertes Reinigen, ja das ist halt, wie bereits gesagt, so auch der Trend der Digitalisierung, dass man eben Aufgaben mehr und mehr an solche Gerätschaften abgibt und das ist insbesondere für Leute schön, denen Staubsaugen hat überhaupt keinen Spaß macht, die damit einfach nur eine lästige Arbeit verbinden und so eben eine Hilfe suchen. Der riesige 290 Milliliter Wassertank reicht für drei komplette Reinigungsvorgänge bei einer Wohnfläche von 65 Quadratmetern in einem Durchgang. Bei einer Fläche von 200 Quadratmetern reicht der Tank für eine komplette Reinigung. Du hast hier auch eine App, in der du einiges einstellen kannst. Das ist natürlich auch praktisch und passt halt auch wieder, wie bereits gesagt, in dieses Thema moderne Technik und Digitalisierung. Das ist natürlich cool und ja, vom Design her würde ich ihn als modern bezeichnen. Dieses weiße, helle Design, ja, wirkt einfach wie ein modernes Zubehör für den Haushalt. Ich halte ihn durchaus für eine nützliche Ergänzung für Leute, die sagen, ja, mir ist eine saubere Wohnung viel wert. Also das werden natürlich die meisten Leute sagen, ja, aber Leute, die sagen, hey, selbst Staubsaugen, da habe ich weder Zeit noch Lust zu und ich habe vielleicht das Geld auf der hohen Kante, um mir so ein etwas teureres Haushaltsgerät zu erwerben. Für diese Leute halte ich den Roborock S5 Max Roboter Staubsauger durchaus für eine interessante Option. Ein sauberer Haushalt, das ist natürlich wünschenswert, bloß wer hat da schon selbst Lust drauf, das zu erledigen. Wie bereits gesagt, dürfte im Vergleich zu den meisten herkömmlichen Staubsaugern ein bisschen teurer sein, dieser Roboter Staubsauger hier. Dafür bekommst du aber auch einiges geboten, was eben die automatisierte Reinigung deiner Wohnung anbetrifft. Muss sich im Endeffekt jeder selber überlegen, ob er sowas braucht oder nicht. Es gibt sehr, sehr viele Roboter Staubsauger und wahrscheinlich noch mehr herkömmliche Staubsauger auf dem Markt. Also schau einfach mal ein bisschen, was da am besten zu dir passt, was den Roborock S5 Max anbetrifft. So halte ich ihn für eine nützliche Ergänzung für Leute, die auf automatisierte Wohnungsreinigung Wert legen. Ich hoffe, dir hat mein Video weitergeholfen. Das Amazon-Angebot zu diesem Roboter Staubsauger verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Kannst du dir bei Interesse anschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Alles Gute und ciao.